ein traum der fahrer ist wieder da sitzen wir in meinem auto oder hinten ist auch hört die sind ja alle da okay hey maybe you should let me drive you always do it wrong that was one time when you going to let it go remember when we used to work on cars together those are some of my favorite memories das scheint wohl wieder ein traum zu sein also eine erinnerung oder sowas in der richtung ja deine erinnerung oder meine erinnerung ja das ist jetzt die frage es ist jetzt ihre erinnerung oder seine erinnerung da wir aber zu träumen scheinen liegt das ja eigentlich malerweise nah dass es unsere erinnerung ist an eine frühere ereignisse oder erinnerung das ist schwierig hier ich weiß nicht was ich wählen soll deine erinnerung oder meine erinnerung ja ich gehe eigentlich mal ganz stark von aus dass es unsere erinnerung ist also chloe ist quasi also wenn wir mal oder meine erinnerung werden wir einfach mal aus wir müssen uns ja eh entscheiden mein memories i don't think you remember after you're dead touche all right you win why don't you go take a look you sure okay geil so richtig bequitschenden geräuschen so richtig bequitschenden geräusche ja nichts hier oh das ist es also das ist ja es ist echt merkwürdig also dass es ist es ist ja ein traum es ist ja eine erinnerung ein traum ne klui hat ja damals damals sei schon Und Chloe hat ja zu Rachel gesagt gehabt, dass sie Erinnerungen ihres Vaters hat in ihren Träumen. Und wir scheinen, glaube ich, gerade irgendwie auch zu träumen. Ja, also wir scheinen aber auch hier nichts zu sehen. Hm, könnten wir jetzt das Spielchen mitspielen und sagen, oh, da ist es. Oder wir könnten auch sagen, nee, hier ist nix. Aber ich glaube, wir spielen einfach mal das Spielchen mit, ne? Nein, es ist ... die Sparkplug. Nein, das ist nicht es. Ich habe das einfach verwendet. Ist es nicht Improv supposed to be all about, yes, and? Yes, and ... was? Dad, stop. N-Nun von diesem ist real. Du bist nicht real. R-Rachels Familie ... ... ist nicht ... ... real. ... this whole thing ... ... it's ... ... it's ... ... it's all just ... ... theater. Well, you know, what William Shakespeare said. Weißt, was William Shakespeare sagte? Ja, das Ganze ist natürlich nicht real. Das ist alles so ein bisschen Fiktion. Hm ... Die Welt ist eine Bühne voller Drama. Ja, die Welt ist eine Bühne, ne? Glaube ich doch. Um das ganze Welt zu sein, dass ich eine Bühne sein kann. Also, ich könnte es nicht so aus der Bühne aus der Bühne zu sein. Du hast es geschafft. Aber ich will nicht, dass ich ein Akter sein soll. Ich will nur, dass ich mich selbst sein soll. Ich will nur, dass ich mich selbst sein soll. Hm, naja, vielleicht gibt es ein Grund, dass wir uns schrecklich machen. Vielleicht die Lachen, die wir uns sagen, sind weniger Schrecklich, als die Wahrheit, die wir geblieben haben. Wow, das ist ziemlich schmerz, Dad. Woher denkst du, dass du es von? Da ist meine Kühle. Dad? Relax, sweetie. Es ist alles zu schmerzen, richtig? Genau. Nur ein bisschen von Stage-Magic. Floodlights. Efe Kluge. Schau mal. Schau mal, sweetheart. Es wird gut sein. Wow. Alter. Das ist ja krass. Also wenn sie jedes Mal diesen Traum hat, wo sie nur so tun und dann ihr Vater überfahren wird, das ist ja echt übel. Oh, Chloe steigt in ihren eigenen Zimmer ein. Oder? Ist doch ihr eigenes Zimmer, gell. Ja, doch. Ja, wir sind wieder zu Hause, würde ich mal so behaupten. Warte. Was der Scheiße? Hat jemand durch meine Zimmer gegangen? Was? Sieht nicht wie eine Mutter. Sieht nicht wie eine Messe. Warte. David? Das Möder. Das Möder. Was ist das. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Ich muss mich zu helfen, Rachel. Okay. Ich habe Sarah, Leaving Franks RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Daemons money. I've got to get this exactly right. I can do this. Oh Frank. Eager much? Where's the money? Hmm. Ja, wie genau kann man sowas eigentlich richtig angehen? Ich meine, man kann entweder nur mit der Tür ins Haus fallen oder durch die Hinterblume oder durch die Hintertür quasi. Ja, aber, ja, gut. Ich kann es erklären, beantworte mir erst eine Frage. Ja, wir könnten jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt die Lösung ist, wenn wir jetzt wählen, beantworten wir erst eine Frage, ob das, äh, hingehalten ist oder ob das quasi dann wieder eine Antwort rausgequetscht wird und dann wir Frank wieder quasi hinhalten. Äh, ich kann es erklären. Ja, wir könnten das Ganze jetzt auch erklären. Es ist schwierig. Es ist einfach schwierig, was wir jetzt hier wählen müssen. Aber wir müssen uns ja für eine Antwort entscheiden. Und ich glaube auch nicht, dass, äh, Chloe's Mom oder David hier das Zimmer so verwüstet hat. Vielleicht waren da andere Leute am Werk. Aber es kann ja zu dem Zeitpunkt ja eigentlich noch gar nicht sein, weil wir Frank ja jetzt erst mal fragen wegen Sarah. Also, war es vielleicht doch David. Aber wir müssen uns trotzdem entscheiden hier jetzt. Ähm... So, the situation was a lot more complicated than you told me. What are you talking about? I promise I can explain. I... I have a favor to ask you first. You can't be fucking serious. I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? Hm, ich habe eine Freundin, das würde mir sehr viel bedeuten. Aber wenn Frank und dieser andere Vogel, sein Freund da, ich komme jetzt auf den Namen jetzt nicht, die Dealers sind von Sarah. Und wir jetzt aber nachhaken würden. Wegen Sarah. Ich weiß nicht, ob das ganze Probleme mit sich führen wird. Ob wir da Stress bekommen. Frank ist sowieso schon angepisst wegen dem Geld und der andere Vogel ist ebenfalls hier angepisst wegen die Kohle. Ich glaube, wir kriegen da bestimmt noch Ärger. Aber... Wir müssen uns entscheiden. Ich versuche, einen Freund zu helfen. Das würde mir ein ganzes Leben bedeuten. Eine Frau mit dir am Knochen? Ja. Ich bin in der Knochen in zwei Stunden. Sweet. Danke, Mann. Du warst wirklich... Das ging gut. Ich glaube. Hm, das lief nicht so gut. Das lief, glaube ich, gar nicht so gut. Der hat viel zu abrupt aufgelegt. Das war... Das war eindeutig irgendwie... Ich weiß nicht. Das war eindeutig ein komisches Zeichen. Definitiv. Oh, weia. Nicht, dass wir jetzt mit Frank Stress kriegen auf dem Schrottplatz und er uns da irgendwie... ...was Böses antun möchte. Boah, irgendwie sagt mir mein innerer Schweinehund, mein inneres Gefühl, dass wir da in der Hinsicht noch viel Ärger bekommen werden. Und das musste ich ja langsam alles irgendwie zuspitzen hier in Life is Strange. Das ist jetzt Episode, Episode 3, die wir hier spielen. Für die Leute, die gerade jetzt erst reinschalten. Oh Gott. So. 9.8. Oder was ist das hier? Ach. Jetzt geht das hier schon wieder nicht. So, warte mal. Jetzt müssen wir runter auf Rachel. Und jetzt geht das. Komischerweise ist, wenn wir das erste Mal öffnen, seit dem neuem Update, geht das irgendwie nicht, dass wir hier gleich rufscrollen können. Das ist merkwürdig. So, 9.5., 9.5., 9.5., ich bin eine gute Küsserin, bla bla bla. 9.5. Hm. Hm. Hm, 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 hm. 9. Ah, hier geht es los, wa. Bin auf dem Weg. 9.5., ah, hier. Danke, dass du gestern Abend für mich da warst. Mir geht es viel besser. Rate mal. Hm. Ich bin eine gute Küsserin? Na klar. Wir treffen uns in zwei Stunden mit Frank auf den Schrottplatz. Ich denke, er kann uns mit Sarah zusammenbringen. Heilige Scheiße! Yep, ich bin noch zu Hause. Dusche und Werkzeuge für den Truck einsammeln. Also treffen wir uns am Schrottplatz. Ich werde dort sein. Du bist unglaublich Chloe Price. Ja, das ist sie in der Tat. Chloe Price ist wirklich unglaublich. Sie tut für Rachel alles, was in ihrer Macht steht. Und das ist echt bemerkenswert und bewunderlich. Ich meine, wie viele Freunde würden schon so dermaßen in die Brösche springen für jemanden? Ja, das ist heutzutage. Heutzutage ist wahre Freundschaft echt Gold wert. Und man muss auch gar nicht viele Freunde haben. Hauptsache man hat richtige Freunde. Denkt immer dran, liebe Leute da draußen. So, Wäsche. Wir gucken uns hier noch ein bisschen natürlich um. Wir wollen ja auch duschen und uns umziehen. Mom macht meistens meine Brösche, wenn sie Angst hat, dass ich nicht meine Brösche machen kann. Vielleicht hat sie mir für einmal geliebt, um nie zu Hause zurück zu kommen. Ich glaube ja nicht, dass sie den Zimmer da so verwüstet hat. Kiste. Was ist das hier für eine Kiste? Ich kann mich trotzdem nicht glauben, dass David durch meine Brösche ging. David, jetzt wirklich, das alles wirklich gemacht? Ich kann mir das wirklich so gar nicht vorstellen. Aber gut. Könnte durchaus möglich sein, ansehen. Habe ich die je gegossen? Ja, weil wir jetzt gießen. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt noch was retten können, aber wir können es ja probieren. Komm, scheiß drauf. Wir gießen einfach mal. Da ist nichts drin. Oh, was? Chloe, nein. Nein, Chloe, dann kannst du die Pflanze auch gleich wegschmeißen. Du kannst doch nicht einfach hier irgendwelche Flüssigkeit reingießen. Sorry, Bord. Ich habe jetzt ein richtiges Fahrrad, um zu fixieren. Ein richtiges Gefährt reparieren, ja. Das ist wohl wahr. Rachel und ich sind heute noch nicht verlassen. Es gibt literally nichts drin, das wertvoll ist. Regal. Regale. Blablabla. Okay, gut. Nora V. Nora V. Mein Englisch ist echt scheiße. So. Das ist die Tür. Wir könnten jetzt duschen gehen, aber wir gucken uns hier nochmal kurz Z. und ansehen. So viel hat sich geändert. Ich wundere, ob du mich jetzt auch noch erinnern würdest. Das war Chloe Price vorher? Chloe hatte vorher blonde Haare gehabt. Ist das wirklich ernsthaft? Ich glaube, ich hatte das schon mal gefragt, ne? Aber da sah sie ja auch schon so fast so ein bisschen Rachel-haft aus. Aber warum sagt der Computer? Der ist immer an. Der Computer ist dauerhaft an. Wir können aber mal hier kurz schauen. Sarah Gettett. Ergebnis blablabla. Winchester High School. Vielleicht Sarah Gettett den Fischer Prize. Aha. Aha. Jedes Jahr gibt es Winchester High School den Fischer Prize, der nach dem berühmten Fischer-Roboter Fischer benannt wurde. An der Schule, der sich... Das war's schon. Aha. Nochmal suchen? Nö. Wollen wir nicht. What? Ähm, was? Chloe Price. An Chloe Price betreff. Victoria Cheese hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das Foto reinzuklicken, auf den folgenden Link. Blablabla. Ja. Wollen wir nicht. Nice to see my work is appreciated. Ach hier. Das war ja... Ich glaube, das war doch die allererste Folge, wa? Victoria, für... Nur falls ich noch mehr Beweise brauche, dass Blackwell ohne Chloe Price besser dran ist. Aha. Amund. Deshalb brauchen Mädchen... ... soll... ... immer... ... ewig auf dem Klo. Respekt. Niemand hat dich gefragt, Trevor. Wow, Chloe. Chloe, Chloe, Chloe. Das war sinnstilvoll. Tödel. Ah, das... Nathan almost pissed himself. Das war das Theaterstück. Blackwell erobert Shakespeare in Sturm. Daniel Bach. Letzte Nacht erwachte der Sturm auf der Außenbühne der Blackwell Academy zu neuem Leben. Die einzigartigen und mutigen Regie von Travis Keaton verlieh dem Stück eine aktuelle Atmosphäre, die den übertriebenen klassischen Werk über üblicherweise fehlt. Die junge Rachel Amber war überragend in der Hauptrolle und beherrschte die Bühne, so wie Prospera die unbekannte Mächte beherrscht. Nathan Prescott als Zill-Bahn verdient eine besondere Erwähnung. Die schwache, nervöse und zitternde Interpretation des versklavten Monster durch den vielversprechenden jungen Schauspieler verlieh dem Ganzen einen tiefen Know-How... Was? Luhanze? Luhauts? Luhauts oder so? Die von dem Teenager unter den Zuschauern nicht ausreichend gewürdigt wurde. Der Prescott, der Nathan, der kam mir so ein bisschen vor als... Ich weiß nicht, hat er da in dem Moment eine Rolle gespielt? Oder hat er sich einfach nur so ein bisschen geweigert, weil es kam mir so ein bisschen komisch über mit diesen Nathan da? Doch der wahre Star des Abends ist die Rolle von Ariel, war Neuling Chloe Price, deren Chemie mit MS Amber Prospera selbst die Chemie zwischen Miranda und Ferdinand übertraf. Mrs. Price erforschte Ariels Kampf zwischen Realität und Freiheit in der wahrlich authentischen Darbietung. Tatsächlich ist es eine exzellente Überarbeitung des Originalstücks, wenn Prospera Ariel die Freiheit verweigert. Nie habe ich eine glaubhafte Darstellung von Überraschungen gesehen, als Mrs. Price authentische Verwunderung. Fünf Sterne. Waren ja doch schon ganz schön angetan davon. Hier gucken wir auch nochmal kurz rein. Kündige deinen Job, nicht bla 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 bla. Gut, das war es dann soweit. Den Globus. Drehen. Drehen den Globus, Chloe. Jawohl. Kalifornien, oder? Wäre cool, zu sehen, wo Rachel aufgewachsen ist. Kalifornien. Dreams. Dit dit dit. Das ist ja bloß das Radio, ne? Oh, da kommen wir gar nicht durch. Ist ja alles vollgemüllt. Inakuriert, wie gestern. Someone should update this photo. Ja, das Klassenfoto. Von der Blackwell Academy. Okay, gut. Wir haben jetzt hier, glaube ich, doch alles nochmal uns reingezogen hier im Zimmer. Dann gehen wir jetzt erstmal duschen. Victoria, was will die denn jetzt? Was will Victoria? Die alte Schabrage. Ja, ja. Alter, was schreibt die denn hier überhaupt? Ein halber Roman, oder was ist hier los? Mit Victoria. Boah, was lese ich da? Fick dich, Chloe? Alter. Wollen wir mal von oben gucken hier. 7.5. Bla bla bla. Hier, 9.5. Also hatte ich von Anfang an recht, Rachel Ember ist ein bösartiges Miststück. Ach ja, das ist sie absolut. Was? Ach ja, das ist sie absolut. Du hältst dich jetzt wohl für ihren Kumpel? Yep. Du hast jede einzelne Zeile des Stücks perfekt aufgesagt. Wie kann das sein? Du hast das geplant, nicht wahr? Oh nein, du hast es rausgekriegt. Ich habe diese Schule so satt. Niemand hat sich gestern einen Scheiß für mich interessiert. Alles drehte sich um Rachel Ember. Um Rachel, Rachel, Rachel. Oh Mann, wenn du versuchst, die matten Drogen einzuflößen und es nach hinten losgeht, das ist einfach das Schlimmste. Fick dich, Chloe. Alter, diese Victoria. Also die Victoria Cheese, die ist wirklich so ein Miststück. Also definitiv. Also da fehlen mir echt die Worte bei dir, ne? So, wir gucken mal hier auf unsere Hand. Zeit zu duschen. Jo, das werden wir jetzt auch tun. Denn die hat ja versucht, hier die Victoria Rachel ja mit Drogen abzufertigen. In Episode 2. Und das ist... Und das ist unter alle Sau, wollte ich sagen, noch, bevor Clones hier unterbrochen hat. So, jetzt gehen wir mal hier kurz rein und dann werden wir einfach duschen. Ist das David's Handtuch? Wo zum Teufel ist meins? Wo ist denn mein? Ja, das ist eine gute Frage, wo dein Handtuch ist. Okay, meine Handtuch ist wahrscheinlich in hier irgendwo. Ich sollte nur vielleicht Mom durch meine Tausend hier drinnen führen. Wieso... Wieso ich suchen das einfach mal? Ne, da ist gar nichts drin, ne? Da ist gar nichts drin, ne? Da ist gar nichts drin. Rasiere... Was ist das eigentlich? Ah ja, okay, gut. Aber wir suchen ja immer noch das Handtuch. Wir brauchen ein Handtuch. Ein Handtuch. Plastikbehälter? Ist es da vielleicht drinnen? Wie geil! Ich kann nicht glauben, Max und ich waren so into this shit, als wir Kinder waren. Warte mal. Captain Bluebeard's Haar-Dai. Max würde mich als Pirate machen, aber wir haben nie zu erinnern. Ich kann mir nie zu erinnern. Haarglanzlicht. Bombig Blau. Auswaschbar. Haarfarbe. Geil! Klo, soll ich jetzt die Haare machen? Schauen wir mal. Ich will mich für das beste Shower of my life. Haltes Wasser. Don't let me down. Okay, Chloe ist bereit fürs Duschen. Dann gehen wir jetzt mal unter die Dusche. Hm, nackte Bänchen. Don't go back to where you have armor against your skin. Absicht zu schwimmen. Towards the storm. And once again. You'll be reborn. Reborn. Rehy. I need new clothes. What I want to be like learning about all these busy-ass things? Ach ja, was wollen wir an diesem verrückten Tag tragen? Das ist jetzt hier die große Price-Frage, die Chloe-Price-Frage. Schönes Wortspiel. Totenkampf. Äh, Bonus-Outfit. Wir gucken mal hier bei den Bonus-Outfitte. Eliminar, das kennen wir ja schon alles. Ne, 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 zurück. Äh. Was haben wir denn hier so schönes? Drachenlo? Was ist denn das hier eigentlich mit Feuerkegel? Feuerkegel, das, was wir von Chloe da eingesackt hatten. Gucken wir mal uns an. Ne, bei Chloe, bei Rachel haben wir uns das eingesackt. Ah, ja, okay. Die Stiefel und die Hosen sind hier richtig cool. Die Stiefel hat sie übrigens jetzt von ihrer Mutter geklaut. Aber die Jacke umziehen. Das ist noch nicht so... Das ist noch nicht so... Hm... Drache? Wir gucken mal hier beim Drachen. Beim Drachen gucken wir... Ja, das sieht ja schon mal Das sieht nice aus, finde ich Ich finde, das sieht eigentlich cool aus Mit dem Drachen So schwarze Looks, schwarze Stiefeln Passten ja auch zu den Stiefeln Wir gucken uns nochmal das andere an Damit wir alle durch haben Bis auf natürlich die Bonusdinger Die hatten wir uns ja wirklich schon genügend angeguckt Das hatten wir ja wirklich Wirklich zum Anfang ja schon gehabt Totenkopf So, was hat er denn hier mit dem Totenkopf Aufsicht Auf jeden Fall trägt sie jetzt eine Jacke über Ah ja, das ist natürlich Chloe Price Look Chloe Price nicht, also Rachel Amber Look Aber ich glaube, ich würde doch lieber Zu das Schwarze hintieren Irgendwie Das gefiel mir doch irgendwie am besten Mit dem Drachen hier Das passt irgendwie auch zu den Stiefeln Weil wir hätten jetzt auch Ja, so, das lassen wir Das ist cool Ja, ja, ja Das ist jetzt natürlich Ihre Haare hier auch jetzt langsam aber sicher blau einfärbt Das ist uns ja durchaus bekannt Wer ja live Stranger 1 kennt So, die Papas Werkzeugskasten schnappen Alles Klöchen Pupöchen Der weiß ja, dass Chloe ja, ne Komplett die Haare nachher irgendwann blau haben wird So Dieses Lied, ne Bild von Arcadia Bay Ich glaube, wir müssen hier bestimmt nichts mehr gucken, ne Ich erinnere mich Das ist nicht so gut Das ist nicht so gut Das ist nicht so gut Ich erinnere mich Das ist nicht so gut Ich erinnere mich Das war ganz schön lange her Love Chloe Eine Kette Wir gucken nochmal in die Schublade rein, in die Kombude Der zieht nicht ein Chloe Ich glaube der ist mittlerweile schon eingezogen Der ist schon voll drin Wir gucken hier auch nochmal kurz rein Ach das ist ja ein Kondome Okay Jups und wieder zumachen das Ding Ja nicht anrühren So ich glaube dann haben wir Ja jetzt hier im Zimmer ja nochmal Uns alles angeschaut, dann können wir jetzt nach unten gehen Guck mal hier sind die ganzen ganzen Taschen hier von David Der mittlerweile sich hier schon breit macht Von wo ist das jetzt hier Ach nee das ist die Tür zu Chloe's Zimmer ne Na aber wir gehen das runter Hier geht es Was sind die Chancen dass ich die Mutter oder David evtlern kann Ja die Chancen stehen nicht sehr hoch Aber es ist wohl glaube ich nicht drum rum kommen Chloe Sie aus dem Weg zu gehen Die wirst du bestimmt definitiv jetzt antreffen Was geht das schon los Was geht das schon los Was geht das schon los Ich habe das schon los Ich habe das ganze Zeit Ich will dich zu haben Ich will dich zu haben Auf jeden Fall irgendwie sehr vergnügt Geradeaus Aber wir werden Das Wir werden uns kurz nochmal anschauen Auf jeden Fall scheint Da ja Muttertag zu sein Ne Oh Chloe Hey Es rattet im Kopf ne Es rattet Na gut dann gehen wir mal nach unten Hey Who's there? Hey Chloe Your hair When did you... Was this for the play? I heard you performed last night Nope I mean I did But This is Uh Is something Different None of that matters now Oh I am so glad to see you Good to see you Chloe Coming home Was a smart decision Oh man Weißt du Gut nicht zu sehen Chloe Die Entscheidung nach Hause zu kommen War richtig Also Man kann das ganze doch auch Ein bisschen anders begrüßen Ne Ich mein Da hat er doch schon wieder Gleich wieder ein Stein in den Weg gerollt Ach David Ah Typisch Ami Mensch ne Die müssen Immer so ein bisschen Grobphorisch sein Komm mir nicht Ich komm Was Kommt mir nicht Wie zu Hause vor Alles Gute zum Muttertag Ich bleib nicht lang Ja Es ist ja bekanntlich der Muttertag Wir haben ja die Karte gelesen und Dann werden wir auch unsere Mom hier mal gratulieren Ne Happy Mother's Day Mom Danke Sweetheart Ich 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 Oh, ist das süß. Mach dir keine Gedanken. Mit Rachel O'Mang, ja, also die Mama macht sich doch schon relativ Sorgen und ich glaube, ich finde, sie hat da in der Hinsicht auch eine Erklärung irgendwie verlangt. Also, verlangt in dem Sinne nicht, aber ja, wir müssen einfach ihr auch mal ein bisschen was erzählen, damit sie sich nicht zu sehr um uns sorgt, damit sie weiß, dass alles okay ist. Und, äh, deswegen entscheiden wir uns, mit Rachel umherhängen. Ich, 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 ich bin, ich bin einfach mit Rachel weitergewohlen. Oh, wie ist, Rachel? Ich sagte David über die Spiel und du bist dort. Ich... muss wirklich gehen. Hör, warte. Bevor du gehst, hat David etwas zu dir zu sagen. Es dauert aber nur eine Minute. Das kann doch nicht gut ausgehen. Mom. Das kann doch nicht gut ausgehen, das endet doch wieder schlimm. Ich glaube nicht, dass das die... beste Idee ist. Du hast es bereits gegründet. Chloe... Ich habe eine Begründung mit deinem Mutter gegründet, um mit dir zu glauben. Oh, wirklich? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass... von heute, ich werde... dich zu sagen. Also... wenn du sagst, dass du nicht trinkst oder trinkst... dann werde ich... dich zu sein lassen. Die Idee ist, dass du hier gefühlt fühlst, Chloe. David wird dich nicht zu fragen. Und auch bin ich. dass er jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass er uns vertrauen will. Weil er vielleicht gar nichts gefunden hatte, da im Zimmer. Hm. Klasse. Lügner. Er hat mein Zimmer durchsucht. Genialer Plan, Leute. Ja, wir könnten jetzt natürlich wieder voll in die Bresche springen und sagen... Ja, Lügner, ne? Du hast mein Zimmer durchsucht. Das ist, äh... durchwühlt. Ja... Genialer Plan, Leute. Wäre jetzt auch wieder so ein Ding, dass wir das Ganze jetzt erstmal auf sich beruhen lassen werden und, äh... einen auf gut Wetter machen. Ich meine, es ist ja auch Muttertag. Ja, und... Ich glaube... Normalerweise hat er das nicht verdient, weil er hat definitiv bestimmt das Zimmer durchsucht und hat jetzt nichts gefunden und will uns jetzt hier einen auf gut Wetter machen, einen auf gut Freund oder so, einen auf gut Familienvater. weil sie dadurch irgendwie ein Kompromiss finden wollen. Allerdings... Wenn wir jetzt wieder gegen angingen, dann machen wir auch wieder... Louis' Mom wieder ziemlich traurig und das gerade so am Muttertag. Also... Ich glaube, wir werden das einfach jetzt mal auf uns beruhen lassen. Erstmal, weil wir haben ja wichtige Sachen zu tun, und zwar mit Rachel. Also... Well... Well... This sounds like it's doomed to fail, but hey... Kudos for trying. Chloe... What? I really meant it. Good job. 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 Can we be done now? Wait! No. Good job. Wait. One second. Er ist mein Freund, Phil Becker. Wir haben in der gleichen Umgebung, zwei Tours. Becker wurde... ...killed... ...hier nach dem Ende unserer Anwendung. Roadside IED. Wir haben... ...joke über all die Probleme, die wir in den Fall waren. Once wir nach Hause zurückkommen. Aber er stirbt. Er stirbt und ich nicht. Und ich denke auf diesen Faktor jeden Tag. Der Punkt ist, ich hatte meine Schrift. Ich weiß, was du durch. Also, ich denke, was ich sage, ist, ich bin hier. Ich mache was, was ich kann. Ich helfe dich über die Verlust von deinem Vater. Bitte, ich versuchte dich. Du gibst David eine Chance, nicht wahr? Hier. Warum nicht du diese Fotos nicht für ein wenig Zeit halten? Denk an, was ich gesagt habe. Oh Gott, jetzt werden wir hier wieder von einer Wahl gestellt. Oh Gott, ich habe wieder so ein Kloß im Hals, ne? Weil ich weiß ja, ich weiß ja ebenfalls, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und David kann sich da in der Situation Kloy reinversetzen. Oh Gott, oh Gott. Also, David das Angebot annehmen. Davids Angebot ablehnen. Ich meine, wir könnten das Angebot ablehnen. Aber dafür werden wir ja wiederum ihrem Mutter keinen Gefallen tun, jetzt so am Muttertag. Und ich meine, es schadet ja eigentlich in dem Sinne eigentlich auch nichts, wenn wir erstmal das Foto an uns nehmen und über die ganze Situation gründlich nachdenken. Ja komm, wir nehmen einfach jetzt erstmal das Foto, weil dann ist jetzt erstmal Schwamm drüber. Auseinandersetzen kann man sich später ja immer noch. Und wir wissen ja, wir müssen uns ja auch noch mit Frank treffen. Und von daher haben wir auch keine Zeit, in dem Sinne. Auch die Mutti ist stolz. Ich bin einfach so stolz mit dir beide. Mom, ich muss wirklich gehen. Sei vorsichtig da draußen, Kloy. Ich liebe dich, Schüttembert. Alles klar, alles klar. Was zur Hölle? Was ist das denn alles für ein Gerümpel? Gehört das alles David? Ich muss nur eine Grab-Dads-Toolbox holen und dann raus raus, schnell. Holy crap. Das könnte eigentlich sehr hilfreich sein, um den Auto zu fixieren. Jetzt nicht überschauen was auch ein Gerümpel βaju. Sie sind auch mit der Sögel registrainer ab. Ich triff nur auf 1850иваем und glaube, в Key geht und Precant leurs rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.